Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Spalette. Bewette den Part und wie immer viel Spaß! Okay, jetzt, jetzt Angriff! Angriff! Ja! Richtiger Punch in dein Gesicht! Dafür, dass du mich in der letzten Folge nicht gerettet hast, du böse A. Wir sind in der neuen Folge? Ja, sie Leute, willkommen zurück! Er ist ausgestiegen! Nein, 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 hol den Fall schon bitte! Okay! Gerade so noch vom Boden! Wo bist du denn? 3 Sekunden mit meinem Auto in der Stadt und wurde schon geschossen! Ja, von mir noch lege ich noch, lege ich noch, lege ich noch, lege ich noch, lege ich noch! Ja! Oh, wunderschön! Was hast du zu mir angetan, du kranker? Du kranker, ich hol dich! Der wollte das, der wollte das! Ich wollte grad sagen, ich wollte das, hallo? Nein, das solltest du nicht. Und selbst wenn, das ist Beihilfe zum Selbstmord. Nee, das war Beihilfe zum Spaß im Leben. Ach so, okay. Ich bin doch noch da. Zombie! Schirm, let's play! Hey! Von wegen, der kriegt mich nicht, der hat mich einfach innerhalb einer Sekunde. Ich hab heute diesen Fallschirm gesehen und mit Insta-Rauch Da hast du losgeflogen. Für mich bist du einfach nur noch Abfall. Ja, aber das war ich schon immer. Hörst du das? Hörst du das? Ja, ich komm und hol dich. Nee, aber das hier ist doch das Raketengeräusch. Soll ich drücken? Ich hör das nicht, ich hab GTA so leise. Hier, ich land bei jemandem. Halle zum Babels Einstieg. Oh, okay, dann lass ich's. Ich war doch schon gelandet. Nee. Mein Charakter versucht hinzulaufen. Er läuft immer noch, er ist sehr verwirrt, mein Charakter. Er ist sehr verwirrt. Ich muss, glaube ich, Manu erst entfernen, damit er reinsteigen kann. Entfernen? Warum denn entfernen? Oh, oh ja! Nein, warte! Hör doch auf, Zombie! Okay, der Motor ist kaputt. Ist kaputt, kann nicht mehr fliegen. Nein, 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 ist alles okay, ist alles. Ist halt so fies. Äh, Zombie, bitte! Bitte, da ist die Polizei, die wollen mich. Nein. Hä? Ich hab gar nicht mit dir gerechnet. Ich bin's auch da. Einfach auf Zeit gespielt. Du Mieses. Hier, ich möchte dir als Wiedergutmachung, ach das Maudado. Ein Proscheschenken. Aua. Aua, Maudado. Aua, lass doch! Ja, seitdem ich diesen Red Dead Revolver hab, muss ich den irgendwie die ganze Zeit benutzen. Ja, ich hab ihn. Ja! Äh? Nice. Jetzt hast du ihn auch noch. Er hat dein Auto wieder geholt. Tod durch Palin. Ich hab's einfach gerollt. Das werde ich den nie vergessen. Das ist dieser Red Dead Revolver, das bin nicht ich. Der Neignehmen. Ja genau, natürlich. Okay, ich muss mich verstecken, ich muss mich verstecken. Nee, ist alles okay. Nein, ich hab zwei Menschen, ich hab zwei Menschen. Entfernt. Oh, hey du bist ja sexy. Hey na, guck mal, das ist mein Auto. Sag mal. Ich hab nur mal eingetreten. Okay. Stopp mal ein. Was ist das denn für eine Axt? Oh nein. Die Polizei. Scheiß Auto. Der Wagen geht nicht. Der Wagen geht nicht. Okay. Doch, er geht. Er hat nur noch einen Reifen. Ja komm. Ja, fein. Ja, nein. Ja, ja, steck an. Ja, ja, komm. Ja, fein. Ja, wäre gut gemein. Okay, danke. Oh, da ist ein, da ist ein, da ist ein. Warum kauft er sich so teure Autos, aber mach da nicht mal die Reifen richtig? Das frage ich mich bei Palette jedes Mal. Vor allem, du hast doch das Geld. Du hast es doch. Nee, eben nicht. Da geht mir das Geld immer aus. Sag mal, wer ist denn da? Ey, dieser Wagen steuert sich so kacke, ne? Jetzt durch, durch die Fehlreifen. Ne, man muss tatsächlich, um die Lenken muss man langsam werden, weil sonst kannst du, wenn du schnell wirst, kannst du kaum in eine Richtung lenken. Komm mal. Oh, wenn du dich selbst... Oh, nach Elf ist das echt nicht lustig. Das ist mega lustig. Oh. Ja. Ich, ja, ja. Okay, der Wagen ist auf. Jetzt geht er wieder an. Oh. Ich hab mich versteckt. Du findest mich nie. Ich glaub, das war ein Hacker. Ach, das war gar nicht Maudado. Nee. Weiß nicht. Das war Maudado, den du da angefahren hast. Oh, da ist ein Zug. Jetzt fahr ich ein paar Meter zufällig rückwärts und dann ist auch einmal ein Zug. Ja, stopp. Ein Zug? Hey, GTA, gibt's nen Zug? Ja, seit kurzem. Hallo, seid ihr hier? Ah, da seid ihr. Ja, was macht der denn da? Ui. Oh Gott. Ich hab's fast geschafft. Hat der irgendwie übergobst? Ah, da. Ui. Ach komm. Das wär nice gewesen. Mann. Hallo. Guck dir den da unten an. Ja. Den Lichtzug, Mensch. Was für den Typen. Komm mal nach rechts nochmal, komm mal rechts. Ich mach jetzt was richtig verrücktes. Ja, ich bin rechts, bin rechts. Tschüss. Wow. Tschüss. Hä? Wie Tschüss? Wie, ich beend die Zugfolge jetzt einfach. Ja. Das könntest du doch nicht machen, die Leute feiern gerade schon. Ohhhh. Ja. So spielt mein Gehirn durch. Ja, hier, guck mal. Das halte ich von seinen Zugfolgen. Komm mal, siehst du das? Ja. Da, Alter. Was denn das halte ich? LOL. Wow. Ich fliege. Ich fliege, ich fliege. Ich fau mich. Aua. Hier, guck mal. Siehst du das? Siehst du das hier? Ja, bin ich die Zugfolge in dem Fall? Ja. Ach so. Und mich. Hab dich. Hä? Warum bist du nicht runter? Ja. Äh. Hallo. Was faust du da? Ähm. Okay. Alles klar. Interessant dabei. Alles okay mit jemandem? Ja. Pfff. Ganz im Ernst. Jawohl. Du zeigst mir nicht nochmal den Finger. Was mache ich hier? Das halte ich von dir. Nein. Oh Gott, doch nicht die Waffe. Der war plötzlichst ein Maschinengewehr. Hilfe. Hilfe. Nein. Lass uns immer Stunts zusammen machen, bitte. Okay. Wohin? Äh. Ja, da geradeaus. Ich falle hinterher. Ich mach den selben Stunden wie du. Okay. Kennst du den schon? Hä? Kennst du den? Genau da. Ja, der Auto. Genau da. Wow, ich bin nun am höher. Oh, den treffen wir. Ich lande auf dir. Ne, schadet doch nicht. Guck mal, wenn du das Auto. Weil das wiegt so viel. Ich kann das nicht so hoch machen. Willst du hinten drauf fahren? Motorrad? Nee. Mann, hör auf. Letzte Warnung. Okay, Mann. Nein, 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 nein. Alles gut. Das halte ich von deiner Aktion. Oh ja, sehr gut. So, hey. Kannst du mal aufhören? Mann, letzte Warnung. Wie? Du kannst doch nicht. Aua. Ich hab ihn getroffen. Jawohl. Sehr gut. Du kannst doch nicht mich warnen. Warte doch. Aua. Warum? Was macht ihr? Das Alien. Kannst du hinten drauf fahren, Zombie? Warte, warte, warte. Maudado, warum werden bei mir gerade Warnungen ausgesprochen? Bei Zombie aber nicht. Weil ich... Warum ist das wieder dein Lieblingskind? Ich war schon immer. Ich bin lila und lustig. Hat der die Haftbombe auf der Schulter? Alter, wie cool das ist. Die sehe ich jetzt anders. Okay, das geht drücken, ich bin weg. Noch nicht, ich bin da nicht dran. Der kuschelt bei mir. Der kuschelt bei mir. Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Das ist eine coole Schulterdeko. Ja. Eben. Gott, ich habe ein bisschen Angst. Du musst keine Angst haben. Das war ich nicht. Ich habe es nicht gebrochen. Ne, warte, was? Ich habe es selten. Was? Du hast es wahrscheinlich selber irgendwie... Du hast dich an meinem Auto so gerieben, dass es explodiert ist. Ach man. Ja, das kann passieren. Ja, aber ich reibe mich so gerne da dran. Stimmt. So wie mit Scheiße. Hallo? Was denn? Darf du dich das nicht sagen? Na klar, ich habe es doch gesehen. Hä? Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Ich finde es nice, hier so ein Paluten auf dem Rücken zu haben. Ja, ich bin wie dein Haustier. Ist der Pet? Ich steige jedes Mal immer wieder auf. Wenn wir runterfallen. Ist der Mordado? Du hast die Gebomben durch die Gegend. Aua, ich habe einen Mundfall. Ich wurde angefahren. Richtiger Support. Ja, ja, ich carry. Warte, Mordado, ich hole dich. Ich würde echt gerne zu den anderen hochkommen irgendwie. Ne, warte, ich komme wieder runter. Mordado, steig ein, komm. Ja, warum? Na komm, ich will mit dir Stand machen. Aua. Ey. Warum hat er mich denn jetzt angefahren? Okay, dann mache ich mit dir Stand. Oh ja, danke. Ähnlich mach Mama mal mit. Ui. Ui. Das war ja lang. Ey. Rette mich, Manu. Er rappt dich, der Gangster. Hä? Was für ein Gangster? Ach der doch. Oh nein, ich werde über... Manu, du musst auf den Schieß nicht. Sonst muss ich meine Bauten zu fahren. Ey, aber wer denn? Was denn? Hilfe das Auge, was mich verfolgt hat auf den Schieß. Da ist kein Auto bei mir. Hier ist alles leer. Okay, jetzt wechsle ich Waffen und drehe. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Die Polizei hat den erschossen, ja. Ach, den da hinten am... Am... Der Heide. Ja, der Heide. Ja, steck der ein, steckste... Oh Gott, die Polizei! Bitte! Ich mach doch! Ja, dann steu... Oh nein, 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 nein. Der Typ ist wieder hinter uns. Papa, da bin ich. Wir sind wie so Kängurus. Ja, pass auf, pass auf. Der beste Star an aller Zeiten. Du hast dein Leben lang in meinem Freund. Jetzt bin ich tot. Achte. Das ist wirklich eine sehr tolle. Eine sehr tolle Frau. Und da kam die Wildere. Ach komm. Die Wildere einem. Der beste Stunt. Oh, der war... Und um drauf landen. What? Ich fahr um drauf. Du solltest drauf stehen bleiben müssen. Ja, ja genau. Ich grinde sogar noch. Guck mal. Ich hab ein kleines Problem mit dem... Ja, ja, ja. Okay, ist okay, ist okay. So lange wir überleben. Oh. Mondado? Ich bin tot. Du hast mich umgebracht. Hör mich gar nicht. Ich komm runter. Ja, hier, hier. Der Stand-Germless-Play hat ich belettet. Oh. Wow. Mein kleines. Kommst zurück in deine Beute. Kommst zurück in deine Beute. Zurück in deine Beute. Diese Metapher ist einfach zu gut. Ich komm dich in meine Beutel auf. Jetzt so lange wie du bei ihm da in dem Motorrad warst, macht die Metapher durchaus Sinn. Du hast ja echt ewig da drin gelebt. Oh, das war so schön warm und glücklich. Oh nein. Bist du unten oder oben? Ich bin oben jetzt. Oh, unten. Achso, dein Kind. Okay, ja, ja. Alter, wir sind unbesiegbar. Wir können in diese Richtung. Ey, okay Frieden, ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen. Ihr seid das bessere Team. Hallo. Ey. Fahrbauladung, sicher das Motorrad. Der rufst doch eh wieder zurück. Der hat so eine Spaßbremse. Spaßbremse. Sagt der, der mich hier gerade umgebracht hat. Ja, bitte Manu, wir haben es dir zurückgebracht. Warte mal. So, du steigst jetzt ein. Du bist jetzt in meinem Beutel. Jetzt steig ein. Komm in meinen Beutel. Oder du wirst es bereuen. Mein Baby wird genäppt. Jetzt. Steig ein. Ich habe mir extra einen Beutel machen lassen. Geht doch. So, jetzt. Jetzt zeige ich dir mal richtige Stunz. Pass auf. Fühlt sich doch viel wohler hier, ne? Nee. Hier stinkt's. Hallo? Hui. Oh. Äh. Oh ja, darf ich mal in deinen Beutel? Boah. Als ob. Als ob du direkt wieder drinnen warst. Aua. Ich wollte eigentlich dich umfahren, dann aussteigen und selber rein. Oh, da ist ja mein Kind. Hilfe. Dann spät er mich wieder in den Schlangen. Du kommst jetzt hier in den Wagen. Steigst jetzt hier ein. Oh, das Motorrad ist doch viel besser. Der Beutel. Der Frische. Der Frische. Wo ist der lustige Liederner? Hä, hier ist doch auch alles Funni. Guck mal. Oh. Oh Gott. Junge, was war das für ein Unfall? Ja, mach du mal. Zeig mal, was du für Stunz kannst. Steig auf. Oh nein. Nein. Der Grau. Man. Und da wo der andere kommt. Lass mich doch. Das war nicht gewollt Ja nicht so wie ihr mit euren komischen Messern, die ihr in mich reindrückt Hallo Beutelmama, nehm ich doch mit Ich hab neun Beutel Wie, 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 da steigt sie Das ist auch ein freundlicher Beutel Ein richtig freundlicher Beutel Kein Lugnis ist groß genug Der sympathische Beutel aus dem Ich sag aber auch ein Beutel von anderen Da darf man in anderen Beutel übernachten Zerstör mir das Motorrad noch bevor es zurückruft Hä? Hast du es hier, ne ist es hier, ok Mein Beutel, mein Beutel Meiner Oh oh, oh oh Boah, Alter Ibi, komm mit Ich hab auch, was? Hä, erst drauf Wie, wie, wie geht das, wie geht das Ihr seid doch gestört Komm in, komm in deinen alten Beutel Aber mit neuen Papa Ich steck's jetzt ein Aua Nein Wurde der Beutel beschlagnahmt oder was? Ne Ah, ok, Glück gehabt Suche Beutel Suche Beutel M28 suche Beutel Suche Beutel Suche Beutel Ah, darf ich meinen deinen, ok So und jetzt schnappen wir uns den anderen Beutel Und Wow Mann, das funktioniert ja viel besser mit dem Ich bin dran Beutel gegen Beutel Ey, ich bin, ich bin dran Ja, jetzt stecke auf Ich bin dran Was machst du denn? Ja, ich stecke Alter Sag mal, Alter Ja Ihr seid doch gestört Das ist mein Beutel Ach, ihr seid da links, bin ich jetzt gleich wieder tot Ne, nicht mehr nicht Oh, hey Wir haben den Kung Fu Aua Aua Nein Ballende, bitte Oh, nee Aua, aua Pfff Hahaha Kängurus sind echt gefährlich Diese Kängurus, ey Der vorne Wo sie, wo sie Ja Ja, ich hab ihn Ich stecke auf Aua Lass doch deinen Ja, ich stecke da rein Nein, 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 nein Ok, fahr, fahr, fahr Bist du auf, bist du auf Ja Papa Fahr zu ihm, fahr zu ihm Ne, wir müssen fliehen Die Kängurus sind Nein, 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 nein Geht den wir entzweigen jetzt, endgültig Ich komm da nicht rüber, Papa Fahr doch hin Joa Ich bin kacke Fahr doch jetzt hin So scheiße kann man doch nicht sein Jetzt fahr doch, fahr doch Danke Ich dachte, ich hätte meinen Galatwerfer Oh nein, nein, nein Nicht direkt bei den Pulli Wann da, du Pulli, was? Warum, 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 warum Wo ist meine Mutter gerade hin? Ich hasse dich Aua Okay Dann bewertet den Part Schaut in die Videobeschreibung Da sind alle verlinkt Bis zum nächsten Mal Tschüss, bis dann Bis zum nächsten Mal